alles nur unter 6 und 80 erzieht und sich es ist ein bisschen zu part 9 part 10 meine ich und man hat dabei wo wir aufgehört haben ich war die kreise leg dich auf einen von denen Ich wollte selbst wahren wie eine Katze vor dem Kamin Oh, okay, ich muss wieder die... Ja, okay, jetzt geht das hier wieder los Na, warte Im Eilschreck, Leute Seine Hoheit ist Pentron von Frödelei So, und wie darf ich den? Na Hast du gewohnt, woher der tot kam gerade eben? Oh, Mann Wer bist du? Hennenschrift weiter Fass mich nicht an Zurück mit dir Hm Monsieur Latouche Sorgt ihr immer noch für die ernstliche Versorgung der Entrechteten? Glaub nicht, dass das nicht klappt, glaub mir das Zack Tja, Freund, hier hast du was gemerkt, ich kann auch von meinem Ding aus auf dich hier schießen hier Auch wenn ich hinter dem Ding stehe, kann ich auf dich schießen Du brauchst nicht glauben, dass das nicht ist Hm Oh, hab wieder alles komplett zusammen, weil ich muss manchmal alles auffüllen wieder Ah, da hinten ist der Typ wurde Hä? Äh, hier Ich hab auf das falsche geschossen gerade eben Mich wirst du nicht los Mich wirst du nicht los Ein Moment mal Was war das? Was war das? Ich zerschweck dich wie eine Kartoffel Was meinst du gerade? Oh, komm Komm Hm Hm Der Typ, der wagt sich, der feste Ich leg dich um Das bleibt nicht aufgesehen Das bleibt nicht aufgesehen Das bleibt nicht aufgesehen Das bleibt nicht aufgesehen Herr Tolst, der soll noch 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 Na, die sind grünsig scheißdreck Ich hälte, sorry, dass ich das jetzt noch dass ihr das noch mal am Anfang sehen müsst, aber Oh Anhalt! Auf ein Wort! Leg dich auf einen von denen Und du schlägst da wie eine Katze vor dem Kamin Im Eilschritt, Leute Heißt du, Kämpfer und Brödelei Ah, ja, klar Ah, kommt, Leute Wirklich, das ist doch bekloppt Ey, wirklich, Leute Es kommt, echt Verarscht ihr mich jetzt langsam ein bisschen Von wegen entdeckt Ey, nur weil der Wichser mich entdeckt hat, oder was? Ey, kommt, Leute Übertreibt jetzt nicht Meine Güte, ey Ihr mit eurer Übertreiberei ständig jetzt So, ich geh jetzt hier hoch rein, jetzt reicht's Da wird er mich aber jetzt nicht entdecken Hoffentlich So, diesmal aber nicht So, diesmal aber nicht Das ist doch besser, das ist so Freundin, du besitzt der Zweite hier. Tja, aber was kann mir zum Kopf richtig wehtun, glaub mir. So, was kann mir den Kopf richtig wehtun. So. Hm, warte mal. Ah, nee, nee, stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon. Es geht immer noch weiter damit. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo der, ah, da drüben ist der Heini. Komm schon rüber jetzt. Ja, komm. Und du hast auch deinen Kopf voll und Freundchen. So, Freundchen. Okay. 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 Okay, das funktioniert so nicht. Mhm. Okay. Okay. Schwingt ihn hinein, schnell. Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. Okay. 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 Drei. Schwingt ihn hinter den Kopf. 스. Ich komm mal kurz. Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn jetzt bezüglich. Er ist mooney. Ich hab ihn so nicht. Ich hab ihn hier. Ich hab ihn jetzt verdient. Ja, du wirst. Erst du hin, sonst will sie wieder aufhören. Das ist so. Er ist so, wie er war ich jetzt nicht. Das passiert. Ich habe wirklich Angst. Du kannst es oder nicht. Du kannst es nicht. Und... Hier, wenn ihr euch gegenseitig jetzt von mir aus töten wollt, macht das ruhig mal. Ich habe nichts dagegen. Hm, das ist krass. Hallo. Äh... Ja, natürlich Verbrauchungsmittel. Nee. Nee. Haben wir noch alles voll. Da brauche ich jetzt erstmal... Eine. Dafür danke ich. Wenn ich jetzt hier noch nicht voll trich habe ich voll von Turmklinge... Kannst du mir gleich wieder 5 geben? Und was sagt, brauche ich auch wieder einen, danke. So... Gut, dann habe ich alles wieder voll. Die ist fast voll sein sollte. Perfekt. Hallo mein Beleister! Hallo mein Beleister! Hallo mein Beleister! Ach, ich bin gerade noch am kämpfen. Mir wird's recht sein Wenn ihr das so macht So So Nirgendwo nicht da wo du dich bist Tot Gesehen Ich hätte nämlich jetzt auch mal eine versteckte Klinge Oh ja apropos ich guck kurz mal schnell nach was Charakteranpassung Ausrüstung Äh ne das will ich doch gar nicht Genau das will ich Nein Was ist doch gar nicht Ausrüstung Nein ich tue gar nicht meine Fähigkeiten Ja Meine Güte genau das wollte ich Nein das war das nicht So Warte mal Ah dafür brauchst du vier Verflixt für das brauchst du vier Ah man Es fehlt mir gerade noch dass du für das Ding vier brauchst So Doppelattentat brauchst du vier Hm Okay Und für den Fernkampf Für die Äh Handfeuer Pistole Habe ich Wie darf ich dann keine in meinem Holster Na egal Auffällpunkt Den muss man noch holen Das sind zehn Dann warte ich bis ich vier Stück habe Einfach mal ein gebeutel Das ist dann hier Zwei Dann warte ich bis ich vier Stück habe Dann holst du mir die Doppelattentat als erstes Weil hier bekomme ich zwei Und dann warte ich mit dem anderen halt Und ja Hm Freundchen da drüben bist du also Na warte Freundchen Ja versuch's doch War wohl nix So Was war denn das Ich stelle dich auf den Rücken wie eine Schildkröcke Hm Hm Kein So Ab ist dich Aha Ich bin dass du hochkommst alter Jetzt stirb endlich Verdammt Was machst du Hä Klappe jetzt Meine Güte ey Komm Nix du dir Tja da war wohl nix Und tschüss 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 Hier voll Spons Wo Alter wo ist der Typ Ach da Steckt der halt Na warte Freundchen Na warte Du wirst gleich kein Leben mehr haben Hey Du hättest ein Rand alter Alter wo gibt's denn sowas Na warte Freundchen Ich guck mal grad mit interagieren hier ob das funktioniert oder nicht Vergiss es Ne Nein Vergiss es Es bringt nix Es noch zu Schlecht Gerade Damit Gut dann beenden wir jetzt den Part und sehen uns im nächsten Part wieder euer naruto 1986 Ich freue mich wenn ihr wieder einschaltet wenn ihr wieder dabei seid Gebt einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal das wäre nämlich nett von euch Dankeschön auf Wiedersehen Ciao Bis Gleich So So So